Wobei, war das ne gute Idee? Was? Den Charakter zu nehmen? Hoffen wir mal nicht. Ich überleg grad, wer sie war. Ähm. Hoffe ich was gescheides. Gut, ich hab die Fall scherwischt. Wo weißt du das? Jep, ich hab die Fall scherwischt. Ich hab doch mal nen schwarzen Bildschirm, wo weißt du das? Ich erinnere mich dran. Achso. Das ist alles in meinem Kopf. Da, da, da. Ja, worüber reden wir jetzt? Da wir einen schwarzen Bildschirm haben. Einen tiefschwarzen Bildschirm. Ne, meiner blinkt. Meine nicht. Meiner ist tiefgründig schwarz, so wie die Seele des Menschen. Wo hast du das denn her? Ich weiß es jetzt auch nicht. Oh ja, Manni! Oh nein. Wie ist das eigentlich doof? Das geht nicht genau wie ich mit dir umgehen soll. Ach du Scheiße! Ham? Pupupupupupupupupupupupupupupu. Ohhhh. Pewbreak. Oh. Bumerang. Ja, das ist dann nämlich zu irgendein Link. Bones! Wie ging der? Ah, so ging der. Wieso? Ich klappe ihn raus. Wusch. Ah, okay. Wir lernen den Charakter. Nein! Was ist denn ernst? Schub der Hub, Kassell! Ich weiß nicht genau, was ich gerade aufgenommen habe. Ah, das habe ich auch. Ach Gott, oh Gott. Haha. Komm, ein Treffer noch. Ah, ja. Oh Gott! Ja. Jawoll. Und oh mein Gott. Ach, ich kling noch? Nicht. Nein! Ich wusste, dass du das hast. Wir haben deine 5 Karte auf dem Ding. Du hast sie extra platziert. Nein! Das war so offensichtlich, Amiro. Ich dachte, du fällst drauf rein. Du hast ja nicht mal einen Trick draus gemacht. Ähm. Das möchte ich nicht weiter kommentieren. Oh nein! Oh nein! Egal. Jetzt ist es aber. Zack. Und? Komm. Ah ja. Das gewinnen wir noch. Irgendwie. Mann. Mann. Au. Au. Boah. Mann. 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 Yep. So ein bisschen. Und dann wiederum führ ich mal. Ne, weil ich nicht empfangen kann. Sauber! Zack, 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 zack. Oh. Ich fühle mich gleich verarscht, Leute. Ernsthaft. Ich fand die schön. Pff! Was hast du für kranker Kanten im Arsenal? Freust du dich auch schon? Worauf? Auf Jomo? Äh, ja, total! Ui! Letzte Runde. Dann hätte ich die Sensenfrau nicht mehr sollen. Die wäre praktisch gewesen gegen Jomo. Oder irgendjemand, der im Fernkampf gut ist. Wie die Hasentusse. Ach nein. Was? Also, Sensen nicht, Hasen nicht. Hä? Rest kannst du gerne kriegen. Der? Komm schon für ein Grander Finale. Ich hab ne Chance von... Okay. Okay. Ich hab nie geschü5000... Oh mein Gott. Oh mein. Jetzt wiederholt er die Einattacke. Ja Das kann sich noch Gar nichts Oh Komm her Aua, aua, aua Hi Hi So, zuerst einmal dir Zack Die ist wichtig Au Dann zeig ich dir mal meine neuen Tricks Fangen wir an mit der Verdopplung Hey Das ist ja asozial Absolut nichts gebracht hat, aber Egal Hallo Feiglinge So Nein Boah Ja Nein Nein Gibt's doch nicht Nein Yeah Boah Boah, dieser Kack-Regenschirm Die ist krass Die ist eine Die hat ne gute Die ist gut im Nachkampf? Gut im Fernkampf? Das will man mehr Ein Kein Animu-Rolls Geht Oh mein Gott Hast du Glück? Hast du Glück? Müll für neun Schon wieder macht er Werbung Ich sag nur meinen Namen Nein 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 Du musst leben Ja Ja Komm So Boah Sack Ey Also im Fernkampf Also im Fernkampf Ich muss mich beeindeutig unterlegen Das steht schon mal fest Oh Dafür bin ich hier Im Fernkampf Ziemlich Im Arsch Äh Nicht Jürgen 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 Mann Taucht doch auf der Seite auf Au Au Nein Oh das war knapp verdammt Perfekt reingedreht Ja 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 Ich gewinn das noch Hoffe ich doch Ich hoffe es stark nicht Nein Nein Gar nicht gut Schon besser Aua Weißt du du bin jetzt nervig Weißt du das Komm Du bist extrem Das ist meins Das ist meins Das ist meins Das geht doch noch Wie in der Sache Oh Er hat seine Erde verteidigt Nein hast du nicht Imuro Du musst extra bemühen um mich zu besiegen Mich der Typen der nicht gescheit Die Sätze in der Tätel spielen konnte Oh mein Gott bin ich fertig Wer ist übel Ich weiß nicht wieso Ich weiß nicht wieso Egal Mach mal weiter Äh okay Haben wir wenigstens ein buntes Bild zum Abschluss Ja 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 Oh 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 So Ich lege gut hier Ja Noch irgendwas heute oder ist das Schluss jetzt Ich denke das war's oder Okay 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 das war's Ja also Ähm Ich bin ein Mirom499 Ihr seid YouTube-User die es anschauen Oder nicht Und Und Ich bin ein Mirom Das war's für heute mit dem ganzen Zwei-Spieler-Zeug Bis zum nächsten Mal Oh tschau